Ja, dann lasse ich die letzten beiden Seiten mal weg. Also ich bin dann wieder eingewiesen worden, einen Tag später von der Feuerwehr und irgendwann nach ein paar Wochen wurde ich dann entlassen und dann habe ich einen ganz starken Glauben nach dieser schlimmsten Zeitrückblick meines Lebens entwickelt an Gott und habe dann auch Songs darüber geschrieben und Gedichte, um mir neue Hoffnungen zu machen. Was mir sehr geholfen hat, auch der Glaube an Gott, also durchzuhalten, wieder mein Leben sozusagen von neuem zu beginnen, von neuer Hoffnung weiterzumachen. Vielen Dank. Ganz, ganz vielen Dank Friedemann. Ich bin, ja mir fehlen irgendwie die Worte. Ich bin so gerührt und auch, ja auch so voller Dankbarkeit, dass du also so offen bist und deine Erfahrung einfach so mitteilst. Und vom Gefühl her, auch wenn ich jetzt ein bisschen gedrängelt habe, hätte ich gedacht, das hätte für mich jetzt auch noch eine ganze Weile so weitergehen können. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir Zeit finden, das einfach zu wiederholen, dir weiter zuzuhören. Und ich bedanke mich nochmal total und freue mich nochmal über nochmal einen richtigen Applaus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für die Einladung. Ja, ganz, ganz vielen Dank Friedemann. Es ist jetzt fast ein bisschen schwierig, den Übergang zu finden, weil ich bin selber so angerührt und es war so emotional und ich erlebe dich und erkenne dich ja auch als jemand, der auch ganz viel Kraft hat. Du machst ganz viel Musik, du bist ganz aktiv. Dazu kommen wir gleich nochmal und denke, dass du so viel mitbringst, was du einfach tust, was du einfach geben kannst und was du bist. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Okay, Friedemann, du bleibst gleich sitzen. Wir machen jetzt einfach weiter oder wir machen weiter. Wir wollen heute gemeinsam reden. Wir wollen darüber reden, was Panko braucht, was Panko hat. Und bevor ich einen kurzen Input dazu gebe, möchte ich die Podiumsteilenden begrüßen. Ja, herzlich willkommen an Sie alle in der Runde. Wir sind viele in dieser Runde. Es war mir wichtig, wie schon gesagt, Vertretende aus allen Bereichen dabei zu haben. Deshalb also so umfangreich. Wir werden heute nicht alle Probleme, die wir im Panko haben, klären können, aber ich will oder ich freue mich und ich denke, das wollen wir alle gemeinsam miteinander ins Gespräch kommen, zu gucken, wo stehen wir, was geht und was kommt im Panko oder was kann kommen. Ein Input zur Veranstaltung. Hier gestern war ja die Eröffnungsveranstaltung für bundesweit. Die war auch hier in Berlin im Pfefferwerk. Einige von Ihnen waren vielleicht da oder haben Sie auch online gesehen. Und Herr Lauterbach hat da gesprochen und ich war ganz gerührt, weil ich fand, er hat es irgendwie so gut auf den Punkt gebracht und sagte, die Seele ist einfach der wichtigste Teil unserer Gesundheit und das wird ganz oft unterschätzt. Und er fragt sich, wo Platz für die Seele ist hier in unserer Gesellschaft, hier im Prenzlauer Berg. Er wohnt selber im Prenzlauer Berg. Ich sage, dann immer geht es nur darüber, was können wir alle. Alle Leute erzählen sich, was sie können, was gut läuft und es ist einfach zu wenig Raum dafür da, auch darüber zu sprechen, was die Seele bedrückt, was nicht so gut ist. Die Psyche leidet, das wird immer deutlicher. Wir Menschen haben Stress, wir haben viel Stress, wir haben Zeitnot. Wir befinden uns in einer Situation vielfältiger Krisen. Das wissen Sie alle. Corona, Klima, Krieg, Energie. Vieles kann die Seele aus dem Gleichgewicht bringen. Auch das wissen Sie alle. Psychische Erkrankungen sind Volkserkrankungen, bis die Begrifflichkeit kommt einfach daher, dass so, so viele Menschen betroffen sind. Jeder vierte Mensch erkrankt im Laufe eines Jahres an einer seelischen Erkrankung. Wenn Sie sich das mal vorstellen oder wir uns das gemeinsam versuchen vorzustellen, wie viel ist eigentlich jeder vierte Mensch, sind sogar noch ein paar mehr. Jeder vierte Mensch für Berlin wäre irgendwie eine Million und wären für Panko 100.000 Menschen. Also mal zur Überlegung im Verhältnis auch zu anderen Erkrankungen, wie viel das eigentlich ist. Von diesen vielen Menschen suchen ungefähr 18, 19 Prozent Unterstützung. Auch das wären für Panko dann immer noch so ungefähr 20.000 Menschen. Wir sind miteinander vernetzt. Es sind 25 Trainerinnen im Bezirk, die Menschen unterstützen, die in schwierigen Situationen sind. Das ist die Klinik, das ist das Bezirksamt. Wir alle sitzen an einem Tisch und überlegen, was gehen kann. Wer leider nicht genug mit am Tisch sitzt, da sind wir dran, sind die Erfahrungsexpertinnen, die wir haben, so wie Herr Ziems, sich da mehr einzubringen. Das, da müssen wir ran. Aber was fehlt uns eigentlich? Stigmatisierung und wie tolerant ist unsere Gesellschaft wirklich, wenn wir uns überlegen, wie wenig das Thema psychische Erkrankungen präsent ist. Und wo ist eigentlich die Peerberatung? Ich habe schon mal kurz angesprochen, wo sind die Erfahrungsexperten sozusagen und wo können Menschen mitgestalten? Wie gemacht? Du hast ganz viel ja jetzt über dich berichtet, sozusagen, du weißt ganz viel, möchte ich trotzdem nochmal fragen. Stigmatisierung und Toleranz, wie tolerant ist unsere Gesellschaft, du hast vieles geschrieben, was du erlebt hast. Du selbst bist Erfahrungsexperte, bist auch ausgebildet als Erfahrungsexperte, sozusagen arbeitest als Peerberater, bist total engagiert in vielen Bereichen. Warum ist das eigentlich so wichtig? Ich glaube, dass alles, was in der Gesellschaft oder im Leben des Menschen unangenehm ist, erstmal beiseite geschoben wird. Krankheit, Tod, alles, was erstmal unangenehm ist. Genauso wie psychische Erkrankungen und auch, ich denke auch, dass die Medien noch viel mehr darüber berichten müssten. Oder wenn man so die Nachrichten oft verfolgt, dann kommt immer so etwas durch, dass wieder jemand in die Amok gelaufen ist. Und war dann oft auch wieder ein psychisch Kranker. Und das ist so das Bild, was so hängen bleibt bei Leuten, die jetzt keinen Bezug haben zu psychischen Erkrankungen. Dass psychisch Krankheit gefährlich sind. Oder, weiß ich, in Horrorfilmen oder Thrillern oder so. Da steht halt so ein falsches Bild eigentlich. Weil das sind ja oft sehr sensible und oft auch künstlerisch interessierte Menschen, die halt ungünstig erkannt sind. Ich denke, das ist ganz wichtig in der Öffentlichkeit auch, ich bin persönlich ein Mensch, der sehr offen mit dem Thema umgeht. Und ich sage, das ist ein Teil einfach meines Lebens, ein Teil meiner Person, dass ich Psychosen habe und auch immer Medikamente nehmen muss. Und was bringt mir das, wenn ich das jetzt verstecken würde, diesen wichtigen Teil, der mich auch sehr geprägt hat. Und ich denke, Menschen, die da jetzt irgendwie abwärts reagieren würden, was ich zum Glück selten erlebt habe, mit denen möchte ich eh nicht in Kontakt kommen, weil es das nicht lohnen würde. Ja, ich denke, Aufklärung ist eigentlich, also diese ganzen Stigmatisierungen, ich denke, das ist eigentlich ein fehlendes Wissen. Weil die Leute entweder selber keine Erfahrung damit haben oder auch nicht genug Leute kennen, die damit Erfahrung haben. Und es steht bei Depressionen so, wenn man das halt nicht versteht, ja komm doch mal aus dem Bett, kann doch nicht so schwer sein. Oder das so zu überspielen, weil man sich nicht genug einfühlen kann. Und ich denke, in der Öffentlichkeit aufzuklären, über psychische Erkrankungen, ob Psychosen, Depressionen oder Persönlichkeitsstörungen ist ganz, ganz wichtig, um einfach gegen Stigmatisierung zu kämpfen. Danke, Frau Schreiber. Frau Haut, Sie sind ärztliche Direktorin des Pflichtversorgenden Krankenhauses hier im Pankow. Ganz, ganz viele Menschen unterstützen Sie jedes Jahr, behandeln Sie jedes Jahr, aber dazu sagen Sie wahrscheinlich selbst gleich noch was. Wir sind ja in engem Austausch. Sie haben zunehmend Menschen, für die es nicht gelingt, Unterstützungsangebote nach der Klinikentlassung zu finden, aus verschiedenen Gründen. Manchmal habe ich das Gefühl, manche Menschen wohnen bei Ihnen. Ist das so? Ist das in Pankow so, ist das in Berlin so oder ist das in Deutschland so? Das ist so. Und ich bin aber trotzdem, ich möchte erst mal sagen, froh in Pankow zu sein. Weil genau wie Sie es gesagt haben, wir haben eine Vielzahl von differenzierten Angeboten und sind mittlerweile auch mit dem Gemeindepsychiatrischen Verbund und mit den ganzen Steuerungsrollen super gut verbunden. Aber ich glaube, im Hinblick auf die Bundesrepublik haben wir ein gutes System. Aber wir haben auch, ich nenne das mal die deutsche Krankheit, nämlich es geht niedergelassen, wir werden über die KV bezahlt, wir werden über die Krankenkassen bezahlt, die Einbietungshilfe wird über die Sozialhilfeteilung bezahlt und, und, und. Und diese Schnittstellen sind eben immer noch nicht geschlossen, obwohl wir schon seit 2003 über integrierte Versorgung starten. Die Schnittstelle zur Einbietungshilfe ist durch die ganzen Maßnahmen ja auch schon gut, aber es gibt immer noch Patienten, die herausfordernd sind, die schwierig sind, die viel Betreuung benötigen. Und da wird es problematisch. Und ich nenne das jetzt mal direkt, es sind zum Teil junge Leute mit Psychose, genau wie Sie es berichtet haben, die keine liebevollen Eltern haben, sondern die dann irgendwie auf der Straße landen und immer wieder kiffen und immer wieder ganz schweren Kranken der Menschen bei uns. Ja, wir geben uns Mühe, ich habe nicht so gut gefragt, wir geben uns ja Mühe, eigentlich machen wir auch Psycho-Edukation und sowas, das haben Sie gar nicht so mitgekriegt wahrscheinlich. Wir haben da gedacht, sowieso alles brauche ich nicht, als der Dummestehende. In jeden Fall, wir geben uns Mühe, das zu erläutern, wir geben uns Mühe, auch dann Gespräche zu führen und auch natürlich die Medikation einzustellen. Das heißt, nach zwei Monaten ist eigentlich die Behandlung bei uns zu Ende und die Patienten wohnen bei uns. Was für die Patienten nicht gut ist und was eigentlich erinnert an Zeiten vor 30 Jahren, als Patienten in psychiatrischen Kliniken waren, die eigentlich gar nicht dahin gehören. Und das, finde ich, ist dramatisch, das hat sich auch nochmal verstanden in den letzten Jahren und es muss eigentlich, ja, es muss Lösungen geben. Sowohl im Bereich der Bearbeitung als auch im Bereich der Möglichkeiten der Träger, die sich alle Mühe geben, auch diese schwierige Klientel rechtzeitig aus der Klinik zu übernehmen. Elga Siefert aus der Kontakt- und Beratungsstelle von Albatros und Pankow. Wir haben ja drei Kontakt- und Beratungsstellen, die auch eine ganze Vielzahl von Menschen erreichen und unterstützen. Ich weiß gar nicht, ob das allen immer so klar ist, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, ganz besonderer Vorteil ist die Niedrigschwelligkeit. Du sprichst jetzt sozusagen ein bisschen für alle drei Kontakt- und Beratungsstellen. Ich würde dich fragen, was würdest du dir wünschen? Da haben wir schon den ersten Wunsch. Ja, also danke, dass ich auch hier in dieser Runde sitzen darf. Und Vivian, du hast eigentlich mein Intro schon vorweggenommen. Das war jetzt so mein erstes. Es gibt drei Kontakt- und Beratungsstellen im Bezirk. Die Trägerwitt-Brenze kommen und ich vertrete Albatros. Wir sitzen direkt am UNS-Bahnhof. Da gibt es die Kontakt- und Beratungsstellen. Ja, da habe ich gedacht, dass ja, wenn wir von niedrigschwelligen Angeboten reden, heißt das, niedrigschwellig zu uns kann jeder kommen, der findet, ich habe gerade ein Problem. Also ja, was läuft gut? Wir sind eine KBS, die schon sehr, sehr lange, ich glaube, seit 15 Jahren mit Peers arbeitet. Friedemann ist jetzt bei uns im Team. Und wir schätzen Peer-Berater so sehr. Vor allem, weil sie auf Augenhöhe beraten können. Weil sie unseren Nutzern, Besuchern ein Modell anbieten können. Da ist eben der Peer-Berater, der eine Depression selber erlebt hat. Und der Betroffene kann gucken, aha, so geht derjenige damit um. Oder wer es selbst, sie hat eine Psychose selber erfahren. Können wir Profis ja, haben ja keine Ahnung. Weiß ich, wie es sich anfühlt. Ja, und ja, das ist einfach super hilfreich. Wir schätzen euch total. Wir haben noch Juliane Föhr bei uns im Team. Die leitet Borderline-Selbsthilfegruppen an. Also das ist ein toller Bereich, der sich super entwickelt hat. Kontakt- und Beratungsstellen noch mal ganz gut zeichnet. Vor allem aus das Beratungsangebot, das jedem offen steht. Und dann habe ich noch rausgehört, noch mal Lob an Friedemann. Friedemann, du bist heute gar nicht mehr fertig. Oder wir wären nicht mehr fertig mit der Loberei. Wichtig finde ich es aber zu sagen, dass die Kontakt- und Beratungsstellen ja schon Peers beschäftigen. Wir haben da ein Problem. Auch bei den Trägern ist es schwierig, Peers zu beschäftigen, weil es keinen Tarif gibt. Zu ihnen komme ich noch, Frau Ort. Ich weiß es. Sie sind Vorreiterin mit der Klinik hier im Bezirk. Sie haben sechs Erfahrungsexperten, die bei Ihnen schon lange arbeiten. Aber ambulant haben wir da noch Entwicklungsmöglichkeiten sozusagen. Und ein Punkt, der ganz wichtig ist, Peer-Beratung überall mit dabei. Friedemann, wie geht es jetzt, war so viel zu hören, so viel hin und her. Jetzt nehme ich dich noch mal an. Ja, ich bin auch ein bisschen erschöpft, ehrlich gesagt. Es ist schon anstrengend, lange die Konzentration aufrecht zu erhalten. Wenn die letzte Nacht auch wieder nicht ganz so ausreichend war. Aber ich glaube, ich bräuchte dann mal eine Pause, wenn ich ehrlich bin. Aber es war sehr schön, auch so viele verschiedene Beiträge zu hören. Und es war eine gute Sache, auch in der seelischen Gesundheit. Ich mag ja so eine Veranstaltung. Man merkt es. Bis dann. Danke. Vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie bei sind. Ich hoffe, es hat gekauft. Vielen Dank.